Wie kriege ich dieses Ding denn jetzt bitte auf meine trockene Glatze? Das hier ist kein älterer Herr mit einem G-Stock, sondern das ist das internationale Blindenabzeichen, das weiße Männeken mit dem Langstock auf blauem Grund. Das ist meine Badekappe, die ich beim Schwimmen trage, damit andere Teilnehmer im Becken sehen können, dass ich blind bin und dass ich ihnen nicht ausweichen kann, sondern dass sie mir ausweichen müssen. Soll ich euch mal ins Schwimmbad mitnehmen? Dann lasst auf jeden Fall das Plus verschwinden und macht das Herz rot und wir sehen uns vielleicht im Schwimmbad.